Musik Hi zusammen, heute treffen wir auf Verena. Sie ist Chemie-Laborantin im zweiten Lehrjahr. Hi! Hi! Kannst du uns sagen, was dich bewegt hat, eine Ausbildung anzufangen? Für mich war es auf jeden Fall der richtige Schritt. Man verdient sein erstes eigenes Geld, man sammelt Berufserfahrung und man lernt viele neue Menschen kennen. Der perfekte Einstieg ins Berufsleben. Und kannst du den Zuschauern auch sagen, was sich durch Corona verändert hat? Ehrlich gesagt gar nicht so viel. Die Schule findet von zu Hause aus statt und auf Arbeit wird Maske getragen. Das ist so das Einzige. Okay, sehr schön. Danke Verena. Sehr gerne. Vielen Dank.